ja servus morgen blicken nummero 39 ich nehme wieder um servus 8 9 steep auf während meinem wochenblick und habe mir gedacht ich fahr jetzt einfach ein bisschen rum ja ich sehe schon gold und silber ist vor mir aber das ist jetzt auch nicht so schlimm wir fahren hier jetzt gerade nur zum spaß naja gut also die woche kam wieder jeden tag bis auf am samstag planet coaster und das ja hat noch einen grund den ich spieler sagen werde dann kam auch noch ja montag halt ähm world of tanks und am freitag world of tanks blitz vielleicht wird es wirklich langsam merken was und nicht immer spielen und nebenbei mal spielen so viel zeit habe ich nicht momentan naja egal ähm ja jetzt bin ich wieder raus ne also jeden tag kam black coaster war ich ganz normal wie immer weil jetzt nichts besonderes sind wie auf meinem kanal so zu meiner letzten ferienwoche oder zu meiner ersten woche im jahre 2017 das haut jetzt so gut an wir fahren jetzt einfach mal weiter ist ja egal äh im jahr 2017 und ja wie gesagt meine letzte ferienwoche von winterferien ist da jetzt rum leider gottes ähm bei mir hat sich relativ wenig getan die letzte woche oder was war da eigentlich ja alles äh bin total raus war ich dann noch im kino ja so Donnerstag was war Donnerstag ach genau jetzt weiß ich wieder was alles war also wie gesagt bei mir auf kanal jede woche dasselbe nichts besonderes außer der ähm ja als rückblick von 2016 kam noch sonst war es eigentlich immer dasselbe ähm ja tut dir nicht weh ähm ja wo bin ich stehen geblieben genau ähm Donnerstag bin ich mit ähm Kumpels nach München in die Phänomonie gegangen und hab mir das Harry Potter mit Lifehockey stand schaut angehört war richtig richtig cool ähm kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen der einen Film gerne anzieht oder echt mag damit er einfach mal in die Philharmonie geht da das schweller da kriegt man einfach mal richtig mit wie viel Musik eigentlich in so einem Video drin ist äh im Video in so einem Film drin ist war auf jeden Fall richtig cool wir werden uns vielleicht im April noch ähm den Herdringer anschauen freue ich mich auch schon drauf ne Stimme ist irgendwie kratzig naja dann war ich am Freitag naja erstmal zum Donnerstag also das war ich noch gar nicht fertig das war um ähm wie viel war denn das um 5 sind wir hochgefahren und zum 1 rum bin ich wieder heimgekommen es hat sich schon ordentlich gezogen aber war ganz cool und hat mir echt gut gefallen wieder ist halt doch immer wieder was anderes preislich ist es doch ne andere Nummer aber und eine andere ausnummer weil es doch recht teuer ist für so einen Film aber ein Lifehockey kostet einfach dann ähm das war der Donnerstag genau bin ich relativ spät heimgekommen war ja recht glatt na klar aber ziemlich direkt das Auto nicht putzen müssen dann ähm am 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 Freitag war ich erst bei uns im Sportverein ähm im Sportheim für ähm Getränke ausschenken weil da war Schafkopf-Turnier und dann am Abend bin ich noch zu Rock One reingegangen ähm ich muss sagen er war jetzt nicht schlecht aber jetzt auch nicht das was sie jetzt hat gesagt ist das ist ein Star Wars Film also es gibt auf jeden Fall bessere Filme ich hole mir noch ganz schön eine andere Challenge wo wir einfach ein bisschen fahren können äh es gibt bessere auf jeden Fall einiges bessere ähm Star Wars Filme aber ja war halt jetzt nicht ganz der Fall war trotzdem nicht schlecht ähm ähm bin gespannt wie das weiter geht keine Ahnung äh dieser soll ja der dritte äh der dritte der achte Teil rauskommen und dann dann nächstes Jahr soll ein Han Solo Teil rauskommen wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe kann es aber jetzt auch grad nicht mehr ganz sagen ach ja genau ich hab da einen neuen Schirm und zwar von 2017 steht oben drauf ist richtig cool freu ich mich so das wird ja das wird ja Chaos hier ne und ja genau da war da der Film und da bin ich dann zum 11 Uhr um einen Stein gekommen nach diesem Filmchen jetzt war aber das Problem ich musste jetzt am Samstag nach Augsburg in die Fachhochschule weil wir einen Vorkurs hatten für einen Roboterschein also wir haben von der Schule bei uns ein Angebot bekommen damit wir ähm von der Schule aus ein ähm den Roboterschein machen können etwas verbilligt weil der kostet doch einige tausend Euro und einfach damit wir uns damit schon ein bisschen weiter bilden können war echt cool aber war nicht schlecht und ja bin gespannt wie es jetzt dann ja wie es dann jetzt am nächsten Freitag weiter geht deswegen kam auch jetzt kein Video am Samstag weil ich einfach nicht dazu gekommen bin ich bin um 8. außer Haus gegangen und um äh 9 äh um 7 rum erst heim gekommen bis ich dann daheim war äh was zum Essen gemacht habe äh zum Zeug aufkommen hätte ich noch das Video war mir noch mal neu ähm hätte ich noch die Videos noch beschriften müssen also Titel geben müssen und äh das jetzt bin ich schlecht und das ähm ähm das Handmail machen müssen das habe ich jetzt einfach wirklich nicht mehr geschafft deswegen ist jetzt halt ähm heute kein Video gekommen aber dafür kommt dann äh ähm wieder Versuch und ich habe hier nicht ähm ja genau was wollte ich sagen genau ich habe das ein bisschen kürzen müssen ähm einfach weil ich die Achterbahn nicht ganz geschafft habe jetzt reicht es mir jetzt einfach so ähm ähm ja es wird auf jeden Fall noch äh nachgerechnet im Video wo ich die Achterbahn anbaut damit wir das fertig erledigen können könnt gerne trotzdem reinschauen ist glaube ich 6 Minuten lang oder was also nicht grad viel aber ist glaube ich auch nicht ganz langweilig naja ähm so über 8 Minuten ich will euch nicht länger aufhalten ich habe jetzt hier irgendwie nur Schmarrn gespielt ich hoffe das kriege jetzt irgendwie wieder hin damit er vielleicht dann davor einfach wieder spielen und aufnehmen dann zuschneid aber momentan ist es ein bisschen schwierig weil ich muss dann Projektarbeit machen nur lernen die Schule geht wieder los und äh ja mal schauen wie sich das da weiterentwickelt mit dem Wochenüberblick er wird auf jeden Fall trotzdem noch jede Woche kommen aber ob ich jetzt immer live aufnehmen oder ja live aufnehmen blöd daher laber einfach und in viel spiel oder ob ich davor einfach spiele zusammenschneide und dann ähm 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 frisch laber frisch rede halt äh weiß ich nicht muss ich schauen wie ich es mache aber wir bleiben auf jeden Fall jetzt hier erstmal stehen ich wünsche euch eine schöne Rest ein schöner restigen Sonntag ich werde heute noch meinen PC wieder umbauen und an eine andere Person stellen über mir drücken dann sehe ich nicht wie ihr leuchtet und sie läuft gleich auch besser ja und dann werde ich noch lernen und meine Projektarbeit machen das ist so mein Sonntag ich hoffe eure war angenehmer wünsche euch eine schöne nächste Woche äh hoffe wir sehen uns bei einem anderen Video mal wieder in der Woche oder nächste Woche Sonntag wieder sonst was ja das wars dann bis zum nächsten Mal macht es gut Servus auf